Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Worum geht es heute? Heute geht es um einen Dacia Sandero Motor 1,4 Liter MPI. Auto ist von einer Kundin und die hat das Auto zu uns gebracht zur Inspektion und hat bemängelt, dass das Auto morgens beziehungsweise wenn es feucht draußen ist Zündaussetzer hat. Und dazu stellen wir heute mal eine Diagnose, reparieren es natürlich auch direkt. Wir wissen natürlich schon was kaputt, ich habe im Vorfeld schon geschaut, aber ich zeige euch heute mal wie ihr da selber die Diagnose stellen könnt und eventuell auch selber ja diese Zündaussetzer ich sag mal weg bekommt und selbst in den Stand setzen könnt, reparieren könnt, wie auch immer. Also wir fangen an. Also wie gesagt Auto läuft morgens und wenn es feucht ist, ihr seht Auto ist nass, ist draußen aktuell auch bei uns jetzt hier beschissenes Wetter, ich zeige das einmal. Also es regnet beziehungsweise es ist feucht draußen. Auto stand die ganze Nacht draußen, ich bin heute morgen gefahren. Auto hat auch Zündaussetzer gehabt und ich sag mal so nach zwei drei Kilometern, nachdem es einigermaßen warm geworden ist, waren die Zündaussetzer weg. Jetzt habe ich das Auto ausgelesen, der zeigt auch Fehlercode DF124, Fehlzündung, also passt auch zu einem Fehler. Zündung machen wir an der Stelle mal aus. Ja wir hatten im Vorfeld schon mal, weil die Kundin ein Marder Problem hatte, die Zündkabel neu gemacht, die Zündkerzen neu gemacht, die sehen jetzt auch gut aus, können da eigentlich jetzt an der Stelle als Fehler ausgeschlossen werden. Ja was bleibt dann eigentlich nur noch? Eigentlich bleibt dann nur noch in dem Fall jetzt die Zündspule, die sitzt hier und da zeige ich euch jetzt mal wie man da was machen kann, um zu sehen, dass die Zündspule kaputt ist. Ich mach den jetzt mal an, damit ihr seht, dass der ganz normal läuft. So, Auto läuft, nehmen wir mal mit nach hinten. Ich hoffe ihr könnt das hören. Auto läuft ganz normal, wie es sein soll. Und um die Feuchtigkeit jetzt mal zu simulieren, habe ich mir hier mal so eine Sprühflasche gemacht, ganz normal mit Wasser und das sprühe ich jetzt mal auf die Zündspule. Und ich hoffe ihr könnt merken, da, wie der anfängt jetzt schon zu bocken. Ich sprühe das mal alles ordentlich hier ein. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, ich zeige euch das gleich nochmal hinten. Gesehen kann man leider nichts, man kann es jetzt in dem Fall nicht hören. Ich nehme euch noch einmal mit nach hinten. Ich glaube jetzt kann man deutlich hören, dass das Auto, wer auf einem Zylinder halt nicht läuft. So, wir machen den jetzt mal wieder aus oder ich laufe nochmal nach vorne mit euch. Also für mich ganz klar die Zündspule. Weil sobald man Wasser auf die Zündspule sprüht, fängt das Auto an auf drei Zylindern zu laufen. Und dann zeigen wir euch jetzt mal, wie wir die Zündpule hier wechseln. So machen wir den Stecker hier ab. Ihr habt hier eins, zwei, drei Schrauben. Die machen wir los. Der Kollege schraubt die Schrauben jetzt mal eben ab. Ich mache so lange mal ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben im Moment im Angebot bei uns noch hier oben einen Dacia stehen. Ich nehme euch mal kurz mit. In rot. Mit dem 1,2er Motor. Also ein anderer Motor als wie da unten drin ist. In den Dacia, in diesen Sanderos gab es den 1,2er Motor. Diesen hier. Dann gab es den 1,4er MPI, den wir da unten drin haben. Und es gab noch den 1,6er MPI und 1,5 Liter Diesel. Also Auto ist aktuell reduziert auf 3.500 Euro. Hat mal 4.000 Euro gekostet. Ist aus 2011. Hat 80.000 km gelaufen. Ist wie gesagt der 1,2 Liter Eco mit 75 PS. Auto ist gut ausgestattet. Mit elektrischen Fensterhebern und einer Klimaanlage. Also schon für ein Dacia wirklich gut ausgestattet. So, dann gehen wir wieder nach unten. Dann haben wir an der Stelle auch ein bisschen Werbung gemacht. Schraub noch. Ich hole mit euch schon mal die neue Zinsspule. Wichtig auch da natürlich keinen Müll einbauen. Aus Ebay, Amazon etc. Wir nehmen hier jetzt eine NGK Schwule. Jetzt zeige ich euch mal die Nummer. Verlinke ich euch auch. Wie gesagt, die sollte passen auf einen 1,4er MPI, 1,6er MPI. Ich ziehe den Augen hier mal drauf. So, Schrauben haben wir jetzt hier raus gemacht. Eins, zwei, drei. Eine fehlt immer, nicht wundern. Die kann man hier so toll wegnehmen. Dann nehmen wir jetzt die neue, stecken die Kabel um. Zündreihenfolge braucht ihr eigentlich nicht beachten. Hier ist das erste Zündkabel, zweite, dritter Zylinder, vierter Zylinder. Und die Zahlen, die stehen hier auch auf der Zündschule drauf. Also hier ist der vierte, hier ist der, kann man das lesen, dritte, zweite, erste Zylinder. Also kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Zeige ich mal bitte die neue. Ich zeige euch mal wie das aussieht. Das ist von unten. Und haben wir hier auch die Zünd. Ich habe nichts gesehen. Doch, hier steht es. Zeige ich euch auch. Da steht es genau hier zwischen. Hier ist der erste Zylinder links. Das ist der vierte. Ich hoffe ihr könnt das sehen. Und hier oben ist zwei und drei. Also könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen. Wir machen das jetzt eigentlich immer so. Wir legen uns die Spule hin, wie wir die alte ausgebaut haben. Machen die Kabel von der alten Zündspule ab. Stecken die auf die neue. Zündspule festschrauben. Stecker drauf. Fertig. Ist. Wenn man flott ist, brauchst du noch nicht mal fünf Minuten. Zündspule festschrauben. Die Kabel sind umgesteckt. Die alte Zündspule an der Seite. Kabel richtig drauf drücken, dass sie richtig fest sind. Drauf legen. Die drei Schrauben wieder nehmen. Festschrauben. Fertig. Und dann werden wir gleich nochmal schauen. Ich werde das Auto anmachen. Ich hoffe mal. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass der dann vernünftig laufen wird. Und dann werden wir nochmal die Wasserflasche nehmen und die neue Spule absprühen. Und wenn das Auto dann keine Zündaussetzung mehr hat, ist es definitiv die Zündspule gewesen. Weil wie gesagt, aufgrund von Madern haben wir Zündkabel und Zündkerzen jetzt nicht. Zündkerzen ist jetzt nicht unbedingt ein Madern-Problem. Aber halt die Kabel sind hier bei diesen Dutchias wirklich beliebt bei Madern. Also haben wir schon sehr oft. Haben wir eigentlich immer so eine Saison. Wann ist das? Ist das so? Herbst? Ja. Herbst kann man sagen, wo wir viele Kunden haben, die Autos noch mit Zündkabeln haben. Gibt es heute auch nicht mehr so viele. Alle neuen Autos haben heute eine Zündspule direkt auf dem Zylinder. Da haben wir auch gar keine Zündkabel mehr. Ja, ist bei dem Auto noch so ein Problem. Aber ist auch alles bei so einem Auto hier bezahlbar. Also kostet kein Geld. Die Zündspule kostet kein Geld. Die Zündspule kostet, glaube ich, kostet die Zündspule für den Endkunden, ich sag mal irgendwas zwischen 50 und 100 Euro. Der Kabelsatz hier wird 20, 30 Euro kosten. Also ist echt günstig hier. Stecker wieder drauf. Ja, der Stecker wieder drauf. Genau, der rastet hier ein. Zeige ich euch nochmal mit so einer Nase, wie der hier abgeht. Hier ist so eine Nase dran. Kann man abmachen, dran machen, passiert nichts. So, jetzt gehe ich rein, mache das Auto wieder an. Ich weiß nicht, wieso der abgeschlossen ist. Schlimm. Schlüssel steckt. Falls ihr so einen Dacia übrigens mal selber auslesen wollt oder ein Gerät habt und ihr sucht diesen OBD2-Anschluss. Der ist hinten im Handschuhfach. Also nicht vorne links hier irgendwo im Fußraum, wie bei den meisten Autos. Ist bei dem im Handschuhfach. So. Auto läuft. Auf allen vier Zylindern ohne Zugaufsetzer. Jetzt nehmen wir nochmal die Wasserflasche. Sprühen die ganze Geschichte ab. Das geht ja schon fleißig. Machen die mal richtig nass. Hört man schon, läuft vernünftig auf allen Zylindern. Zeige ich euch hinten nochmal. Ich glaube, da könnt ihr das besser hören. Also war definitiv bei dem Auto die Zündspule. Wir nehmen uns die alte nochmal in die Hand. Aber ich denke mal, da werden wir jetzt nichts sehen. Zeige ich mal die alte nochmal. Ja, sieht man halt nichts. Das ist halt manchmal so das Problem, dass man optisch heute echt nichts mehr sieht. Wird noch die erste gewesen sein. Da ist noch eine Original Renault. Da kann man es sehen. Da ist eine Original Renault drin gewesen. Die war dann jetzt elf Jahre drin. Auto hat 77.000 Kilometer gelaufen. Kann man mal eine neue reinmachen. Finde ich jetzt die schlimmste Mal, die bei dem Auto auch echt bezahlbar ist. Ja. Das Auto läuft. Das soll es an der Stelle dann auch in diesem Video gewesen sein. Habt ihr Fragen? Habe ich irgendwas unverständlich erklärt? Oder wie auch immer? Schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr Anregungen für uns? Für neue Videos? Auch gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das gewesen. Ich verabschiede mich jetzt hiermit. Ich bin raus. Ciao. blue gibt 구름 Das habe ich keinen Nutzung. Vielen Dank.